und damit also kommt so also wenn du hier oben hinkommst ne nimm einfach was du brauchst oder was du hier ist ich werde dich nicht aufhalten und blablabla mr freeman ja nachdem wir den letzten part richtig krass gefällt haben weil wir die lösung schon hatten aber die level architektur so außer als hätten es müssen wir noch etwas machen ich einfach zu behindert bin einfach mal zu sagen scheiße drauf weil das ist ein krank scheiße hoffe ich mal dass wir in diesem part nicht so kack gesinnt das ist richtig schön da habe ich ihn jetzt die musik erinnert mich an die an irgendwas portal portal kann das sein du 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 tolle musik ja mach ich jetzt auch mal was oder bin ich einfach nur die ganze zeit scheiße ach der der tolle frau so so mhm aha 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 das muss ich nie bock machen ich weiß es doch nicht also den kann ich durch die ok jetzt mal ich muss das runterfallen lassen gehe ich jetzt irgendwie von aus also ich muss dann wahrscheinlich selber hier hoch oder nicht so vielleicht hier war ja schon richtig so wer das hat jetzt auch richtig gebracht das leben ist schon nicht ganz leicht wenn man geistig behindert ist aber ich habe mir jetzt einen ultimativen plan überlegt so ja jetzt möchte ich gleich noch mal wie sich hey wieso wird denn das untere mit gedings ab und so ach so bin ich eigentlich scheiße oder so ja jetzt geht das nicht durch ist einfach so richtig traurig mit dir passiert also wenn die außerirdischen mal finden oder die leute aus der zukunft und sie sehen dieses let's play dann denke ich alter sind die menschen vor unserer zeit behindert gewesen müssen ja richtig beschissen gewesen sein so das wollte ich haben das war ein nackt alter so ok komm mal nur zurück so jetzt haben wir also nach acht minuten ein block schön ich kann jedoch hier sowieso gar nicht mitnehmen das heißt ich muss den woanders mitnehmen ok also versuchen wir es mal hier mal kurz ist der kann ich auch nicht durch wow glase ok dann soll er wahrscheinlich dahin naja aber ja bitte erzähl mir mehr ist so spannend sie zuzuhören Ja, die war ja doch richtig. Pally, Pally. Zum geiles Miststück. Ohohohoho. So, jetzt. Aha. Ja, gut. Gut, hab ich g'seat. Oh, Moment, hier können wir ja was machen. Boah, ist das schön. Boah, Junge. Nee. Bam. Ha, jetzt haben wir einen Block. Und ich werde ihn benutzen. Ja, ich weiß. Schon wieder. Wie in der letzten Folge auch. Ja, Leute. Was soll ich halt sagen? Es passiert einfach so gut wie nichts. Und, äh... Ja, deswegen... Ich sag mal, es passiert schon was, aber halt... ...nur Sachen, die einen nicht wirklich weiterbringen. Deswegen hab ich mich dazu entschlossen. Jetzt immer, wenn ich einfach lange für irgendwas brauche, ...behinderte Musik und Zeitraffer zu benutzen. Und dann quatsch' ich einfach drüber und erzähl, dass ich richtig scheiße bin, so wie jetzt gerade auch. Und ja. Was soll's, ne, ich mein, er könnte ja quasi trotzdem sehen, was ich so gemacht habe. Deswegen hab ich hier den Zeitraffer. Von daher ist es ja nur so, äh... ...bisschen... ...verkürzt oder geschnitten oder so. Ist ja eigentlich nix schlimmes so. Oder etwa doch? Wie findet ihr das? Naja. Ähm... Ja. Also. Ähm... Das hat auch was gleich vorbei. Ihr könnt ihr sehen, wie ich jetzt die Lösung habe. Wow! Hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich glaub, das ist nicht die Lösung, wie es sein soll. Aber das ist mir einfach richtig egal, was ich gerade herausgefunden hab. Denn wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, hab ich gerade einen Schnitt gemacht. Und ich zeig euch mal, was jetzt mein Lösungs... ...weg ist, der halbwegs funktioniert. Zwar nicht so, wie er soll, aber er so... Ich glaub nicht, dass es so gedacht ist. Sagen wir mal eher so. Funktioniert er, wie es soll. Ähm... Aber ich glaub, auf keinen Fall, dass das so geplant ist. Aber es funktioniert also, ähm... Warum nicht? Ein mach ich hier hin. Und ein mach ich da hin. Oh yeah, Geschlechtsverkehr. So. Genau. Und zwar... Ich kann mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass das so... ...irgendwie... ...geplant ist. Mal pass auf, ja. Ich weiß... Es sieht noch nicht so gut aus, aber... Es fu... Es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Hä... Ha... Hundertprozentig... ...wann das nicht so gewollt von den Entwicklern. Ich kann's mir irgendwie nicht vorstellen. Ich hätte man... Man müsste das irgendwie umschalten müssen hier. Und die haben mich wieder mal verarscht. Was nicht das erste mal gewesen wäre. So. Äh... Ne... Andersrum. okay das war schlecht aber ich bin glücklich dass wir das jetzt mal endlich gelöst haben nach eigentlich 28 minuten what the fuck und wieso hat das nicht mit wie ich es wollte jetzt auch nicht etwa hier nicht richtig die hier machen oder ich bräuchte noch etwas die antworte gilt nicht ich komme ich sie nicht hoch ist jetzt wohl scherz ich komme hier verfickt noch mal nicht hoch was los ach gott endlich 29 minuten habe ich eigentlich hierfür gebraucht aber wir hatten eine schöne geschnittene version wo nicht ganz so viel kacke und müll dann ist danke fürs zuschauen wir ernähren uns endlich dem ende erscheint bei der nächsten folge wird ein tschüss